Einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich schon auf dem Markt in San Bernardino. Hier ist Brigitte Fuselier von meinem kleinen YouTube-Channel. Und es geht jetzt erst richtig. Leute bauen erst richtig auf noch. Wir sind schon fertig da. Und ja, also der ist jeden Samstag in San Bernardino, Departamento Corriere. Und der ist dann immer von 8 Uhr in der Früh bis um 1 Uhr nachmittags ist der Markt immer geöffnet. Wo man alles mögliche findet von Produkten her. Auch deutsches Essen etc. etc. Und natürlich wir sind auch hier mit unseren Produkten. Und da wollte ich heute mal ganz speziell, weil ich gebeten worden bin, über das Thema den Ongoreishi euch ein bisschen was erklären. Ongoreishi oder Ganoderma-Pilz ist natürlich ein super, super tolles Produkt. Der Ongoreishi war ja von den Noblen, früher nur für die Noblen der Welt aus gedacht. Also durften die anderen Sterblichen gar nicht essen. Weil da so gut wie die Todesstrafe drauf stand. Also das heißt, der Ganoderma-Pilz ist ja auch für das ewige Leben. Und das ist halt auch dann vor allen Dingen für das Herz sehr, sehr gut. Für das Durchblutung fördern, gegen Asthma, also Herzrhythmusstörungen und alle möglichen Krankheiten. Was also wie die Durchblutung Herzbronchien angeht, so ein Raucherhusten und alles, der ist ja Katar. Und er hilft auch noch gegen Insomnie, also Schlafstörungen, auch ganz stark mit. Also wie gesagt, ihr findet das alles hier bei uns auf dem Markt, ganz gezielt. Auch Honig und andere Produkte, unsere kleine Naturhausapotheke. Alles, was das Herz begehrt, könnt ihr hier finden bei uns auf dem Markt. Jeden Samstag, oder ihr könnt mir auch schreiben, 0983 471 613. Und davor natürlich die Vorwahl von Paraguay 595. Wiederhole ich nochmal, 595 983 471 613. Das ist also meine WhatsApp-Nummer, da könnt ihr mir gerne schreiben, Nachricht hinterlassen. Und ich antworte euch immer recht herzlich gerne. Und wie gesagt, wir sind hier immer auf dem Markt, am Samstag. Da gibt es auch mein letztes Büchlein, das mystische Paraguay. Das ist dann auch dort zu bekommen, auf dem Markt, wie gesagt. Und natürlich auch noch so Kunsthandwerken, ein bisschen aus Paraguay. Also, und auch die Katzenkratzer, warte, da schaue ich auch nochmal hin, bevor ich da wegblende. Ja, hier haben wir die Katzenkratzer, die sind auch dabei. Rückenschrupper noch, die sind auch noch da. Unser Bio-Mock gegen Moskitos ist auch anwesend. Also, ihr findet alles bei uns hier auf dem Markt. Also, macht es ganz gut. Ich freue mich, wenn es hier mal vorbeikommt. Hallo, servus, tschüssi.